Auf die Frage, wie lange die Schabe gekämpft hat. Also auf den ersten Blick sieht es so aus, die Schabe ist richtig verletzt worden. So ist das, wenn die Schilizären in das Futterinsekt eindringen. Aber man sieht hier so ein bisschen die Fühler der Schabe noch. Das werden so die letzten Zuckungen sein. Die physische Verletzung ist einfach viel zu groß bei dem Tier. Und ich kann euch auch eins sagen, mir geht das auch immer sehr zu Herzen. Auch nach so vielen Jahren, seit über 25 Jahren Vogelspinnenhaltung, ist dieses Thema mit Schaben insbesondere und anderen Futterinsekten immer wieder eine Sache. Und von daher sage ich maximale Transparenz. Jeder, der in diese Vogelspinnenhaltung einsteigen möchte, muss sich darüber im Klaren sein, dass man hier lebende Futterinsekten an wirbellose Vogelspinnen verfüttert.